Ja, die Popshow letztes Jahr war ein riesiger Erfolg und man hat ja immer so im Hinterstübchen Gedanken für Gäste, die man wahnsinnig gern haben möchte. Und eine Dame hätte ich letztes Jahr gern gehabt, heute ist sie hier. 1984 gelange das größte Comeback in der Popgeschichte. Ab nächstem Frühjahr geht sie auf Welttournee und wo sie ist, da ist die Hölle los. Und ich glaube auch hier, ich freue mich auf Tina Turner. Untertitelung. BR 2018 Musik 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 I'm a female attraction I'm a typical male I'm a typical male All I want